Das Fassnachtstreiben ist längst ausgebrochen. Das ist der Fassnachtskalender von Guido Städler, der den Reichtum an Fassnachtskultur im Serganserland eindrücklich zeigt. 30 Jahre Ragazerhexen, 25 Jahre Melzerölli und 25 Jahre Schlosshexen Sergans. Das sind Schlosshexen, die Countryhexen von 2017. Diese Schlosshexen habe ich bei ihrem neuesten Projekt begleitet. Verraten tue ich aber noch nichts, nur eines. Es geht nicht um den längsten Wesen. Der Guinness-Buch Weltrekord stammt aus dem Jahr 2005. Nein, es gibt etwas ganz Neues. Aber die Holzmasken auf dem Rolli-Filz, zum Beispiel die Naus-Kopfhexen und Berghäxen, die bleiben natürlich. Und der Rolli auch. Er ist quasi wieder Regisseur, der Hexenmeister. Doch leistert er mit den Frauen an der neuen Idee mit. Auch Joe Walzer, Gründungsmitglied von 1995, ist natürlich auch dabei. Im Zunfthaus zum Läu-Zerganz, so um Mitternacht herum, haben sie Schlosshexen geboren. Das zeigt, dass auch ein Kantonsrat und Lehrer gerne festen. Auch erfolgreiche Unternehmer, wie Beat Dekoi, ist Gründungsmitglied und pinselt hier an den Frauen herum. Also nein, natürlich nicht. Was er genau macht, das können wir dann beim Fassnachtsumzug zur Gans am 16. Februar nach den Zweigen sehen. Oh, fast vergessen hätte ich noch der Gebi Filz, der Bruder vom Rolli. Er ist auch Gründungsmitglied. Eins vorweg, sie sind gut dran, die Schlosshexen. Sie sind bereit. Ich habe im Schlusssport mit dem Rolli geredet. Ja, Rolli, 25 Jahre, Schlosshexen ist ein ganzes, und du bist eigentlich so ein bisschen der Hexenmeister. Wie ist es gelaufen? Ja, jetzt ist es gut gelaufen. Wir sind jetzt im Finish-Arbeiten zu machen und haben ein super Team benannt, Spezialisten für das Ganze, die das präpariert haben jetzt am Schluss. Wir freuen uns jetzt auf einen Umzug. Wir hoffen, es sei schön Wetter, weil es wäre schade, wenn die Fälle und die Tücher nass würden und natürlich auch die Putze mit den Holzlarven. Aber wir freuen uns drauf. Kleinstere Malen, also unglaublich, dieses Engagement. Und alle sind bei den Stangen. Oh ja, du. Ja, was, Moment, wahrscheinlich. Mal ist du auf die Kleider stattdessen? Ja, wenn du da rumschiessen bist, siehst du einmal allerhand oder auch nicht. Und dann der Umzug natürlich, gell? Am 16. ist der, aber nachher gibt es noch etwas, oder? Am 16. schauen wir jetzt, dass wir den vorderen Teil des Umzugs sind und dann fahren wir mit dem Wagen auf den Kirchenplatz. Und dann gibt es eine kleine Feier auf dem Kirchenplatz und im Jazzkeller. Und wir haben eine gute Musik, Klaus-Brothers spielen. Bis etwa am 7. am Abend machen wir eine kleine Party. Hoffen, dass ein Haufen Leute kommen. Gucken muss sie, kommen an die Städtli-Schrindzer vorbei am 6. Und dann hoffen wir, dass wir das Gebühren können feiern mit allen, die fast nächtlich eingestellt sind und die Freude haben am Brauchtum, an den Hexen und auch an den anderen Buizzi. Scheren, die ja nun an den Haufen geschaut haben. Vielen Dank.